Jetzt fangt an hier. Okay. Hagen Decker, Regisseur und Stefan Gutzi, künstlerischer Leiter dieses Projekts. Kate Mosch, Amouret. Ich kann dazu sagen, ich wurde in Metropolis gedreht. Ich bin begeistert. Das ist krass. Wie kam es dazu? Woher kennt ihr euch überhaupt? Ja, ihr? Ihr kennt euch? Ja gut, wir lassen jetzt mal einen Stammbaum beiseite. Wie kann man halt ein Video mit Buchstaben machen? Ohne dass halt irgendwie jetzt mit dem Computer so Sachen reingerendert werden. Wir stellen sie einfach in den Kreis. Super Idee. Ihr seid so niedlich. Es gab sogar eine kleine Tür zu dem Ring, da konnte man rein und raus gehen und so. Es gab halt einen Kollegen, der halt irgendwie verantwortlich war für das Auschneider Buchstaben. Die haben sich nochmal aufgeteilt. Der eine so die Vokale, der andere die Konsonanten. Aber ihr habt heute nicht mehr so viel Kontakt mit denen wahrscheinlich, nachdem man sich die ganze Zeit fragt, wie zur Hölle. Was sind das für Anzüge? Herr von Eden. Das wollte ich doch mal sagen, dass das Herr von Eden Anzüge sind. Da gehen auch mal schöne Grüße direkt raus zu Herr von Eden. Den ganzen, unseren lieben Leuten. Das ist wirklich echt anstrengend. Wie passt der ganze Zeit? Johannes Jo Rutenberg. Du Buchstabenman. Ja. Man of Head of Buchstabenbau. Stefan hat nur Buchstaben ausgeschnitten, die kein A oder ein O sind. Das heißt, die Buchstaben, die Löcher hatten, waren schwieriger. Und du hast mal ein Buchstaben mit Loch ausgeschnitten? Nee. Das alte, der wiegt ja doch seine 10 Kilo. Wie viele sind es jetzt insgesamt? 425 sind es jetzt. Krass. Das ist ein krasses Ding. Ich hab das Gefühl, es wird auch immer krasser. Ja. Das war das Gefühl. It seems that I wish I could be certain It's natural The best one If we were there than three junior young people That's how they got in our neck and not real That's what I would do Wie kam es zu diesem, man möchte ja schon fast Telekom Magenta sagen, aber halt in Schönen. Da scheitert sich wahrscheinlich drei Pantone vom Telekom Magenta. Pantone, Freunde, heute heißt es wirklich zuhören und lernen. Es ist nicht Telekom Magenta, es ist Pantone Rubin Red. Tschüss.